Hallo und herzlich willkommen liebe Sportsfreunde auf meinem Kanal. Ich begrüße mich recht herzlich zu meinem Weg zum Fahrlehrer. Ich befinde mich jetzt auf dem Weg in die Fahrschule und gebe meine ganzen Dokumente ab. Ich werde hier ausgebildet von der Fahrschule Sappel in Würgl in der Bahnhofstraße 4a. Und ja, ich freu mich schon, jetzt geht's los. Endlich ist es soweit. Ich zeige euch noch einmal das Gebäude von vorne. Also hier werde ich jetzt ausgebildet in der Fahrschule Akademie bei der Fahrschule Sappel. Ich werde jetzt hier meine ganzen Dokumente und alles abgeben da drinnen. Da nehme ich jetzt leider nicht mit, weil es sieht ja keiner mehr Adressen wissen. Und ich würde sagen, wir sehen uns noch einen kurzen Cut in der Fahrschule wieder. So, wir haben jetzt das Grundwissen 1 durch. Der erste Kurs ist vorüber. Es war interessant, wie viel das hier neuer gekommen hat. In den letzten 22 Jahren, wo ich einen Führerschein gemacht habe. Und jetzt haben wir 20 Minuten Pause. Und dann werden wir das Grundwissen 2 durchnehmen am heutigen Tag. Und ja, und ich würde sagen, ja, ich möchte mich nach dem Grundwissen 2 wieder. Ich wollte nicht jetzt gerade sagen, was gewesen ist. Ich weiß, ich zupfen kann es nicht an meinem Bart miteinander. Aber es ist halt richtig interessant, wenn man so nach 22 Jahren wieder in die Fahrschule geht und das mal wieder alles hört und was sich so ein bisschen geändert hat und was man so vergessen hat eigentlich, was so eigentlich im Kopf drin ist. Aber es ist interessant. Es ist interessant. Es ist echt hinter mir. Ich sitze im Schulungsraum. Und ja, wir sehen uns nach dem Grundwissen 2. Und dann gebe ich noch weitere Informationen. Ich hoffe, Ihnen gefällt das Projekt. Ich weiß nicht, was passiert und was auf mich zukommt. Und ja, wir sehen uns noch. Bis später. So, meine lieben Spotswollende. Ich bin jetzt im Auto. Der Kuhs ist um. Und ich fahre jetzt nach Hause. Es ist jetzt Viertel nach sieben auf die Nacht. Der Kuhs hat jetzt von halb vier weg bis viertel nach sieben gedauert. Da hat bald das Licht gehört aus. Dass man mich noch sieht, weil in der Vorschule ist so dermaßen ein blödes Licht gewesen. Ja, ich hoffe, ich hoffe, dass Ihnen das so gefällt, wie ich das mache. Im Kuhs sind natürlich nicht filmen, weil die Leute das nicht wollen. Aber wir haben ein erstes Grundwissen 1 und 2 gehabt. Da gibt es so ein schönes Buch dazu. Vielleicht mache ich dann ein eigenes Video dann drüber. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Vlog, was ich mache. Ich werde jetzt die Woche die Kuhs durchziehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da Videos dazu mache. Ja, und dann wünsche ich euch bis zum nächsten Mal noch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen guten Morgen, lieber Spotswollend, liebe Spotswollendin. Je nachdem, wann das in Wiedersicht oder ist mir widersicht, sagen wir mal so. Bleibt mir gewogen. Und vor allem, meine lieben Spotswollende, bleibt mir gesund. Wenn es Fragen gibt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich werde es beantworten. Bis zum nächsten Mal. Servus!